Migration und man ein Verantwortungsbewusstsein haben Migrantenkrise ist eine politische Krise. Sie muss menschlich ein Verantwortungsbewusstsein bewältigt werden. Europa hat die Fähigkeit, Flüchtlingssträme abzuwählen, aber zusammen und Länder die Verantwortung nicht die wollen. Bestimmte Länder sind verhältnismäßig stark betroffen und sind gezwungen, allein zu handeln. Konsequenz davon ist, dass die Migranten weiter darunter leben. Was können wir machen? Das Dublin-System muss reformiert werden und ergänzt durch ein europäisches Siedlungssystem. Die Länder, die sich weichern, ihre Verantwortung nutzend zu kommen, müssen mit ökonomischen Sanktionen bestraft werden. Alle EU-Länder müssen die Verantwortung für die Migration überwählen. Mehr sie wollt, mehr sie in Europa. VOT VOT EU löscht 6